Ja Freunde, diese Tomate habe ich gerade von diesem Tomatenbusch abgemacht und du siehst, der ist Schrott, die Braunfäule ist drin und die nehme ich jetzt mit ins Haus, lasse sie noch ein paar Tage im Haus weiter reifen und dann kann ich die noch essen, aber der Rest wandert einfach in den Haus mit.